moin leute was geht es wird euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr easy jede runde die evakuierung schafft hierfür leute braucht ihr mindestens zwei c4s und ich würde euch juggernaut oder schneller wiederbleiben empfehlen dann kauft hier hinten die tür auf ach ja leute ich habe auch noch feuerring dabei das macht die ganze sache noch einfacher dann kauft ihr die tür auf leute und rennt genau dorthin wo ich hin renne an diesem felsen da ist an dieser kleinen stelle könnt ihr euch drucken und dagegen laufen ihr müsst gerade ausschauen leute weil sonst töten euch die zombies so und jetzt könnt ihr einfach den c4 glitsch hier machen ich aktive meinen feuerring und werfe den c4 und beim werfen spam ich die zündentaste damit ich es aufhebe und es gleichzeitig explodiert so leute das war es auch schon mit dem video falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten vielen dank für den support und bis zum nächsten video ciao